Heute sollen Punkte her, nachdem es ja zuletzt nicht so geklappt hat. Die Leistung im letzten Spiel ist einfach nicht gut genug, muss man ganz deutlich so sagen. Das könnte gefährlich werden. Korrekte Entscheidung, da war er, wenn auch knapp im Abseits. Den spielt er wieder zurück. Lehmann. Muss ein Wurf geben. Und da ist der Ball wieder weg. Pirlo. Klasse Zuspiel. Silvio. Süüüüü. Klasse. Der war für den Torwart aber auch gar nichts zu halten. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Boah, fuck. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Oh. Klasse gemacht. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Lustig. Da kommt der Schluss. Das war eine gute Chance, aber der Ball hat geflossen. Ball draußen. Das gibt jetzt Eckball. Jetzt die Ecke. Schön verlängert. Vom Promisus geht er dahin. Sehr gut. Oh, scheiße. Da gewinnt er den Zweikampf. Dann okay. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht den Stock. Blender. Es gibt Einwurz. Da noch. Alaba. Lustig. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Durch. Guter Steilpass. Jetzt vielleicht. Manchukic. Phänomenal. Ohne Worte. Der Schuss. Natürlich krasse, aber die Vorbereitung. Die hat es. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Waschikowski. Wender. Jetzt TJ. Jetzt müssen sie aufpassen. Manchukic. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Der Angriff ist erst mal vorbei. Sie verlieren den Ball. Lustig. Und das ist... Das gibt einen Beistoß. Aber zeigt er auch eine Karte? Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Alaba. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Schöner Pass. Jetzt wird es gefährlich. Und jetzt die Chance. Gute Hereingabe. Schöner Pass. Was macht denn da aus? Eine gute Möglichkeit hier. Es gibt Ecke. Die Fans sind unzufrieden. Denen geht das hier nicht schnell genug. Das kann ich nachvollziehen, Wolf. Man merkt wirklich, wie sie hier in jeder Szene etwas langsamer werden, um zumindest ein paar Sekündchen von der Uhr zu nehmen. Zurück. Da haben sie Platz jetzt vielleicht der Konter. Abbruch. Da. Da spielt er den Ballrichter-Außenlinie. Gesehen. Oh. Erstmal rausgeforstet. Er spielt ihn zurück. Guter Doppelpass. Jetzt. Gefährlich. Stark, Manu. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Jetzt könnte es nochmal eng werden. Ja, noch führen sie, aber jetzt heißt es aufpassen. Sie wollen klären, aber der ist noch heiß. Alaba. Lustig. Schöne Aktion. Lehmann. Fängt diesen Ball ab. Den Ball spielt er zum Torwart zurück. Es gibt Einwurf. Der Ball ist im Haus. Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Da kommt der Pass. Und jetzt ist der Ball gleich wieder weg. Aber er kann klären. Ein leichter, überflüssiger Ballverlust. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Da passt er auf. Schiefvorg. Alaba. Gut in Körper eingesetzt. Durch. Ach, schade. Schön dazwischengegangen. Ballverlust. So. Schöne Aktion. Boah. Reguläre Spielzeit ist oben. Aber es geht noch weiter. Gibt drei Minuten oben drauf. Da kann er ihn stoppen. Lauf. Hier kommt ein Flügel. Gute erste. Geil. Vielen Dank. Ja, genau. Genau. Das könnte eine Gelegenheit werden. Da steht die Abwehr sicher. Oh. 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 Der Angriff könnte passieren! Klasse! Stark! Der Ball ist draußen, es gibt Einwurf. Noch ein Einwohner. Schiefvorgang. Pirlo. Lehmann. Jetzt müssen wir aufpassen. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Wo ist Tchaikovsky? Der Pass, stark gemacht. Da geht er flach rein ins Tor. Sehr gut gemacht. 2-1. Hier ist noch alles drin. Der Kut dazwischen. Weg ist der Ball. Alaba. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ganz sicher, auch dieser Ball kommt an. Und das ist der Ballverlust. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Ja, da müssen Sie aufpassen. Abgepfiffen. Es gibt den Freistoß. Ballverlust. Das könnte die Chance werden. Gutes Tagling. Gut gespielt. Ball geht nach außen. Die Reingabe kam gut, aber der Ball ist erst mal weg. Das gibt Einwurf. Gut aufgepasst und abgefangen. Jetzt ist Platz für den Konter. Pirlo. Lässt sich den Ball nicht abnehmen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ah, da spielt er lieber mal zum Torwart zurück. Da noch. Wieder zu mir. Ja. 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 Dann oder nur auf mich. Lehmann. Bänder. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Ja, gut gemacht. Flanke kommt. So, das Spiel geht jetzt in die entscheidende Phase. Passiert hier noch was. Auf jeden Fall ist es extrem eng und spannend und die Fans merken auch, dass jetzt noch mal Unterstützung gefragt ist. Ich halte ihn ein bisschen und jetzt Benni. Uh. Okay, okay. Da noch. Da noch, ich bin da. Ich geh, da noch. Ich geh da noch. Boah. Mann, fuck, Mann. Schön, Silvio. Ach, Mann. Silvio noch mal. Er zieht ab. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Der Ball ist im Tor aus. Es gibt Ecke. Ja. 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 Da hat er ein wenig Glück beim Abschluss. Ja. An die Unterkante der Latte ein wenig höher und der springt wieder raus. 3-1 heißt es also jetzt. Wird das seine Torchance? Schöner Pass. Silvio. Ja. Pirlo. Ja. Zwei Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Er war ein bisschen sicher und hier muss er auch Beispiel geben. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene. Ja. Ähm. Okay. Okay Ja, Arsch Boom Aua Der Schiedsrichter pfeift ab, das war's Ein Sieg heute, Sieg gut aus in Sachen Klassenerhalt Klasse Leistung, darauf kann man auch Kosten für größte Zurück Vielen Dank.